Herzlich willkommen im ersten Lehrjahr. Das ist der erste Teil der Willkommensveranstaltung unserer neuen Azubis. Was erwartest du von deiner Ausbildung? Viel Freude und dass es mir Spaß macht und dass ich dann am Ende den Beruf gefunden habe, den ich mir erwünscht habe, dass ich den mein Leben lang machen kann. Warum hast du dich für den sozialen Bereich entschieden? Ich mag die Arbeit mit Menschen sehr, weil man kriegt ziemlich viel zurück, was Dankbarkeit und so angeht. Ich habe davor auch schon im sozialen, handwerklichen Bereich gearbeitet und mir ist einfach aufgefallen, dass der soziale Bereich mir einfach am meisten zusagt und deswegen habe ich das gemacht. Mach deine Grimasse. Auf welche Erfahrungen der Ausbildung freust du dich? Also ich freue mich am meisten so neue Leute kennenzulernen und auch neue Lebenserfahrungen durch die Ausbildung zu sammeln, die man jetzt halt irgendwie nur nicht erlebt hat, so Neues dazuzulernen einfach. Dein Hashtag für deine Ausbildung? Ähm, Spaß. Kein Hashtag Spaß. Respekt. Der war gut.